Da sind die Winddrewer drauf hier. und das wird einmalig, schau schon, das ist dann projekt y noch stets in zehn meter höhe oder 20, wie viel sei das? ja bestimmt 20 meter ja, könnte hinkommen, knappe 20 und das wären dann seine vorgärten hier alles klar, haben die militär seinen spaß gehabt damals, ok und los ja, bin unten, wuh, jetzt habe ich voll den Trimwurm, ach du Sau so macht Lernen spaß ja 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 ja